Heyo Leute! Willkommen zu einem neuen... Willkommen zurück zu meinem... Hallo! Gut, dass meine Folge jetzt erst wieder online ist... Ja... Ich hab so Sonic nicht gegeben... Ich hab drauf! 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 Ich hab drauf und bin drauf! Ähm... Wo habt ihr Rubberwood gefunden? Ist ein Trick, Amy. Dann muss man craften. Puh, komm zu mir, da steht irgendwo Free Candy an der Tür. Wo bist du? Puh, lol ist das... Soll ich dir ne Koordinaten sagen? Ich glaub ich hab nen Vulkan gefunden. Das ist ein Stück Weg, aber du kannst hier was abholen hier. Ne, 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 ist auch ein Vulkan. Wenn du das auf... Äh... Wie heißt das? Legalen Weg? Aufnehmen willst! Bisschen... Aufnehmen! Den Weg! Und so. Ich kann ihn rausleiten. Ne, du kannst es halt... Ne, das ist nicht darum geht's. Ich mein, ob du das nicht aufnehmen im Sinne von Videos, sondern aufnehmen im Sinne von mental bis hier hin zu laufen. So meine ich das jetzt. Denkt schon hart, das stimmt. Weißt du? Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Dann nicht. Das ist ein echt schöner Vulkan. Ja. Freut mich. Ja. Sooo... Wenn du auch mal die Naturkatastrocken zu schätzen bist. Weil ich ein Volltroddel bin. Ja. Faut Rubberwood anders aus. Was hast du denn gemacht? Ja. Ich hab dir jedenfalls vergessen, wie ein Item bei dir hieß. Was willst du wissen? Ne, ne. Irgendwie dunkel. Gar nichts. Es ist dunkler, bin ich schon kurz vorbei. Nur das mittlere Teil heißt Energy Bridge, ne? Ach, Energy Bridge heißt das Ding. Na, ich der Spoiler! Da. Da, Schafe. Das ist okay. Jeder darf sagen, was er schon selbst gebaut hat. Ja dann, also. Nichts. Ich hab grad nen Stamm. Ah, da. So. Ich hab jetzt nen Schaf. Dann lass uns schon mal erzählen, wie man Schafe schert. Joll. Oder wie man Schafe macht. Was? Dann darf ich erzählen, wie man Hühner macht. Ja, bitte. Mit meiner Hühnerfarben hier. So. Liebe Leute. Oh. So. Du nimmst Eier und wirfst sie gegen die Wand. Lass uns unentkommen. Sie töten. Pfff. Was ist das Kackding? Wenn ich die UN durchsetzen möchte ja auch, dass wir als erstes für das, für das, für die Wertschätzung des Lebens der Hühner, äh, ein Gesetzverhofer, äh, nicht mich angreifen. Ich bin sie gar nicht in die UN. Ich auch nicht. Lebt doch im Mittelalter. Das ist ja die Ironie. Ja, ich brauch auch noch keine Technik. Bei mir wird noch hart geschuftet. Die Technik, Taddeus. Die Technik! Die Technik! Die Technik! Die Technik! Mehr Energie! Maximale Energie! Mit dem verdammten integrierten Laser in der Stahlrolle. So gut. Ja, verstehe ich nicht. Äh, da sind meine Diamanten da, da sind meine Diamanten da. Ähm, die Diamanten, man. Ja, ich hab mir mal ein paar geboren. Ich finde das sogar eben, wenn Sascha die dumme Lache macht. Also jedes Mal? Ja. Drei. 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 Nur eins hat genau gelegt. Möi, ich nehme die Drei. Ich hab da kummer gehört. Nimm den Nummer Drei. Unter dir, Dex-Viecher! Okay, nervt langsam. Fisch mich selber. Was ist das, was vorkommt, ey? Krass, ne? Erst mal nen Kalender anstrengen. so weit ist es schon so verzweifelt bin ich schon so verzweifelt jetzt wollen wir jetzt oh wie cool da ist hier da ist hier da los ist da irgendwo da drinnen drinnen? bist du da drinnen? bist du behindert oder was? ja freilich ja die backt halt echt die backt halt echt in den Blättern rum die blöde was backt ihr denn heute? hab ich nicht noch eine zweite gemacht? die backt das da backt das was? die backt das macht doch hier so'n Ding noch äh gott hier wird bullshit eingearbeitet ok dann halt machen wir's anders oh ich merke meine Krabi geht mitten durch meinen Mietengang tja machst du nix tja 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 warte mal das kloppt so nicht oh scheiße mach ich das jetzt am dümmsten ja gar nicht wie mach ich das denn jetzt Günter Junior ist leider verreckt passiert den besten ähm aber original Günter lebt noch ja der lebt noch ok gut jaaa das ist schon behindert ja das ist echt hart heute ne ja genau so wie auch heute ja gut ja gut das geht klar aber noch irgendwas ich weiß was du da gemacht hast nein haben wir nicht sag 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 gut nochmal schneller query ey 12 ne kriegst du dein jetpack eigentlich so schnell leer sonic wie du dein jetpack so schnell leer kriegst alles mit meinem jetpack was kriegst du mit dem jetpack benutzt das permanent ja das ist ja in ordnung ich bin übrigens nochmal kurz bei dir haha ich bin zu inkompetent einfach das ist absolut richtig was ist denn also Sascha nein alles cool das ist jetzt das sind drei alles cool jaja und dann brauchst du ein holz holz da hier shit holz hier wo es rauskommt kommst du ja blöde ko ok weil das holz immer raus zieht aus den items so das ist ein buildcraft producer eine energy bridge und ein industrial craft also IC consumer der konsumiert richtig harte drogen und nebenbei ein bisschen von diesem strom ok und pack den raus und produce den für buildcraft ja das ist full story thank you es geht schon wieder und sie ist auch noch unter ja hast du vollkommen recht er ist der beste mensch wenn es darum geht um die zeit zu bauen ok alles klar ich hoffe sie mal einfach mal notiert schneller ist so langweilig funktioniert das hier mit den watermelts eigentlich ja man kann die auch ins wasser setzen aber ich hatte keine leitung zu bauen weil stromabfall von den dingern so übel ist und dann müsste ich goldleitung bauen dann habe ich keinen bock drauf ok weil wenn ich von wasser bis hier in die leitung leh kommt hier nichts mehr an so günther hat jetzt gesetzt ok das ist hart bei mir ist es weiter raffig zum wasser ok da kann ich das gehen ja das saugt der ja auf glaube ich schneller 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 so dann lassen wir die kür mal äh weil es nicht so gut okay auch wenn ich hochfliege sehe ich nirgends die chunks von euch irgendwie sei es ist doch weit weg von denen bänden so wir sind echt ey die doy die doy die doy best off elektronix so ich krieg zwar keine portale hin aber alles noch trotzdem mal hallo ich war eigentlich auch ein überlegen ob ich mich nicht irgendwie dieses noch mal auf den weg machen ja es ist langweilig dass wir schon ewig und hier am stil sind aber doch keiner hat einen anderen gesehen doch doch ich hoffe dass essen reicht hat jemand essen für mich ja nicht wirklich ich habe essen und pilzsuppe und hat noch ich habe noch 36 vielleicht von bunte und der brot machen gerade nicht das ist los ja was braucht man denn da alles für den scheiß und ja gut ich wollte sowieso noch mal vorbeikommen und das ist ja alles cool ist in diesem menü was man alles gebrauch also nicht teuer kostenhöchst geschenkt das größte was gar nichts ich habe fast nicht mehr genug diamanten dafür ist was die energy bridge brauchen zwei diamantchen da die energy bridge braucht ein diamanten ja die soll hat den vier mann schwert da hinten ich glaube die tödels einfach rollen ich gebe dir aus da rein heute die machen genau ich wollte nicht meine energy crystal im generator aufladen das nächste ab du drecksack was macht denn alter was macht er denn toll ist der energy crystal du brauchst den energy crystal um mfsu für den die mann kein mfsu du musst den lv dinge nehmen transform low voltage mfsu ist hohere spannung mfsu ist doch ein bisschen teuer eben du brauchst die geringe du brauchst den lv producer ich hab mal drauf gefunden hast du gerade an der gesäupt tja wow ja ich hasse dich jetzt hab ich eine energy gebaut ich kann sie mir gerne geben als spende ich hab dir geholfen und das ist der dank ja immer so dankst du mir erwartet nein danke ich nicht siehste das ist also der dank dafür dass ich nicht fast tot arbeite gib doch immer irgendeine und deinen strom klaue ja nur damit ich es zu dir schaffe gib doch immer irgendeine ne ne truhe oder das sei denn da war schon jemand ok das ist ich glaube das ist ein sehr religiöses dorf nennen wir es mal so net formuliert ich habe hier irgendwie nen priester gefunden der ja der ist halt priester sagen wir mal so achso der ist ja der priester der hat halt so ein altar wo er drauf betet und so free candy vorne dran dabei was was da wollte ich gerade auch hinaus tatsächlich gesagt wir haben free candy vorne dran klären naja immerhin gibt es die möhren und da ist schon wieder kein gold dabei ja und wenn du weiter gehst gibt es auch gratis mäßigkeiten ach aber dafür haben wir jetzt keine zeit für diesen quatsch willst du den magnischen Hasen sehen oh haha wie sie alle schon nein ich wollte mal sagen ach oh ich glaube wir sind ein bisschen schneller wenn wir fliegen ich nehme alles an robberwood mit was es so gibt robberwood unterwegs unterwegs wohin zu meinem zu meinem riss oh 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 storm hast du eigentlich schon sugar canes schon ja okay okay war das jetzt falsch weiß ich nicht ja also nein für du kommst nach draußen eigentlich ja ja ich bin draußen okay ich habe es schmacken ähhhh moodgear du kannst es jetzt sowieso nicht mehr übersehen wenn du selbst wenn ich drin bin ich brauche zwei fucking stone gears dein ernst ja stone gears sind aber echt einfach zu machen ja ist einfach nur stein ja ne holz glaube ich sogar noch ja du brauchst erst stöcke ja du brauchst holz zuerst die stöcke und danach stein ähhhh ähhhh steinglas und ne pistenbräuch ne pistenbräuch neues holz jacke 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 die folge heißt natürlich Hashtag Aufbruch pfff hä so mongo he 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 jacke 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 ich kann fliegen jacke 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 das geile ist ich mach den ganzen scheiß jetzt gerade damit mein fucking pulverizer funktioniert und ich weiß nicht mal wofür ich den groß benutze du hast denn nechzen schon einen du bist du leise Du hast überhaupt die anstrengung du hast du denn einfach redstone engines drin das recht vollkommen Äh, ne? Nichts, aber wenn dann soll es ja richtig stoppen hier. Äh, willst du den dann mit nem Geothermal-Generator antreiben, oder was? Wollte noch nicht mal gucken. Ja, weil du ja schon irgendwelchen Transformers brauchst und so. Und nein, ich mein nicht Michael Bay Transformers. Will gucken mal. Das wird schon alles, Andy. Habe ich jetzt noch, weil bitte ich hab den ganzen Scheiß dabei. Was wird kaputt gemacht? Ey, meine Tür, wenn sie es war. War ne Fick, ne? Aber was für ne Tür? Ja, irgendeine von deinen Türen. Es gibt doch die Tür noch. Die Tür in deine Mine vielleicht. Ahhhh. Hm, Schweine, ich mag Schweine. Das glaube ich dir auch Sport. So. Nein, mach mal nicht. Hör! Oh, hier ist ja ein Dungel. Hm, vielleicht schaue ich mich hier mal nach nem See um. Bist schon da? Wer weiß. Du bist aber fix gewesen. Ich bin ja gar nicht so weit weg. Dann bist du ungefähr 700 Meter von mir entfernt. Ja, könnte knapp werden. Du bist in der Zeit. Hör! Hör! Nee, nee. Ich bin gerade... Ich hab den Raypoint zum Alix. Das sind 671 Meter. Ach so, das meinst du. Ach so, das meinst du. Ja, ja. Hab schon verstanden. Muss ich gucken. Oh, guck mal, ein Riss. Das Problem ist, ich kann halt keine Ranch bauen. Weil ich irgendein anderes Gerät brauche, um Copper... äh, Bronxer zu stellen. Mal gucken, ob ich Ästhetik irgendwo rumlaufen soll. Komm mal auf den Rückweg kann ich hier mal an den Riss gehen. Den hat noch keiner erforscht von euch. Ich bin doch nicht bereit für'n Riss. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich... Ästhetik, ich erwarte dich mit, äh... Ich hab den Riss bei mir in der Zeit, wo ich weg bin. Da hab ich für gesorgt, bevor ich hier bei Hashtag Aufbruch mitgemacht hab. Hashtag Aufbruch. Ästhetik verlässt die GOD. Du bist jetzt groß genug. Das geschafft, Leute. Ich brauch heute nicht mehr. Ich bin der Beste. Nein, Skalfi hat seinen Scheiß schon weg aufgeladen, ey. Der hat's voll diesmal. Der Typ, ey. Dafür, dass ich deinen Müll da abhole. Na, dann musst du auch wieder nach Hause. Ja, exakt. Richtig, die fünf Müll. Kein Bock im Dunkeln zu laufen. Wahrscheinlich tötet mich Amy jetzt sowieso. Nee. Die Radia-Rüstung. Aber Amy hat nicht mit meiner Geheimwürfel gerechnet. Ponys. Ponys. Ich hab dir ein Pferd mitgebracht. Ehrlich? Nein. Es gibt keine Pferde. Ehrlich? Traum zerstört. Da ist grad innerlich so ein kleiner Teil im Herz abgestorben. Frage, ich hätt mir so einen dingsten Pokéball mitnehmen sollen. Hätt ich mir Schafe mitnehmen können. Ja. Hätt Schafe geschießen können. Ich hab mir... Ich hab schon Schafe Kühe rum, Günther. Na, ich hab mir ja auch Schafe. Ist mir in dem Moment so klar geworden. Das wollte ich nicht. Wie heißen denn diese Teile, wo man die nennt? Ich sag mal so, wenn du in Afrika bist, dann machst du gerne mal solche Sachen. Atombomben? Jagen? Baumwolle. Mehr Tipps geb ich nicht. Da fallen mir ne Menge Sachen ein, aber das sind definitiv keine Eye-Tabs. Dass dir das nicht einfällt. Das sind geil Leute an. Das ist krass. Wie lange brauchst du da noch circa? Weiß ich noch nicht. Ähm. Frag, wie heißt du noch mal? Ah. Malex. Auch gut. Nein. Da wär ich nicht drauf gekommen. Auf den Namen. Ja. Oh, das passt. Da kommt jetzt Tim. Oh, ne. Äh, ach da. Tatsache, da hat man mal ne Tür kaputt gemacht. Arschloch. Das war ich auf jeden Fall. Das war ich auf jeden Fall. Dass du dich gleich angesprochen fühlst. Also. Ich dachte, ey, wie weiß ich nicht. Ich hab dich grad nicht gehört. Der ist vorhin noch ein scheiß Kopparrohr. Du bist so ein Mongosonic. Ah. Auf gute Trümer. Oh nein. Sascha, durchlebt die fünf Phasen der Ärgernis. Der fucking Creeper hat mich erst mal auf zwei Nebenrunter gebracht und hat meine halbe Hütte weggesprengt. Das war's halt nochmal aus. Oh, what the fuck. Sascha. Ja. So, liebe Leute. Du bist immer so ein lieber, ruhiger, netter. Haha, der war gut. Ja, hätte Sonic hier keinen Scheiß gebaut, wenn der ganze Kack überhaupt nicht passiert, weil ich dann einfach direkt in meine Hütte hätte reingehen können. Halt die Fresse. So ein bisschen tut mir das ja leid. Ach, ich mach mal nicht. Das glaub ich dir nicht. Ja, hast recht. Nein. Das wollt ich nicht. Du wollt einfach nur, dass du da denkst, so ne Mongos, warum mach mal den Eingang zu? Denk ich mir auch ohne, dass du den Eingang zu baust. Wieso, wieso soll's... nein, dass ich den Eingang zu baue? Nein, dass du ein Mongos bist. Ne, ne. Ne, ne. Lüge. Lügen sie sicher nicht. Rufmord. Drei Mord. Drei Mord. So, dann müssen wir wieder Minen gehen, Leute. Wir brauchen wieder ein bisschen Kohle. Geh mir kein Geld mehr. Ohhhh. Ohne Maus nix los. Ah. Super. Geile Tierfangen... Jetzt wo ich... Hallo, gute Abend machst du, mein geiler kleiner Häuptling. Go. So nenn ich meinen Bohrer. Einen kleinen Häuptling. Ach, den kleinen Häuptling. Ach, den kleinen Häuptling. Der auf dem fuck stimmt denn nicht mit dir. Ach. Wer nennt ihn denn schon Bohrer? Ich nenn ihn kleinen geilen Häuptling. Ja, das ist gleich viel besser. Macht halt geile Arbeit mit den kleinen Hohen. Amy, hast du zufällig aufm Berg gebaut? Ja. Auf nem Hügel. Ja. Oh, Klinge hinter mir. Du bist bei Amy. Da hast du's nicht mehr weit zu mir. Warum? Was? Ach. Mist. Ich hasse es mich zu verbauen. Ich krieg kein zuviel. Jaja, ne? Von was denn? Wenn du was zuviel hast, kannst du's mir geben. Ja, das wollte ich nämlich auch grad sagen. Was, Patrick, springst du grad wirklich die ganze Zeit runter und tust dir weh? Nee! Wau- was ist das frage ich mich auch was das hier ist nein das sag ich dir nicht das ist mein geheimnis lol hast du ein haustier ja was folgt ihr doch gerade was ist das denn hier warte ich kann ja den namen sagen ich schreibe es dir einfach ich kann es nicht aussprechen also das gefurte ist von dem warte ich zieh ihn mal wieder ran ach so das ist ich zieh ihn erstmal wieder kann man das habe ich nicht verstanden konnte sein soll ich habe sie aus wie ein tisch ja ja zirka deswegen habe ich ja noch stehen lassen das gibt es noch schönes bei das kann doch ein gespräch beim friseur gewesen sein da sieht aus dem tisch ja das mal stehen weiß ich hab was geklaut wo sind jetzt die anderen ich muss angeblich hat das da gesagt ich bin das starm ist ja diese richtung da 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 einfach da geradeaus springt was macht als ob du kleiner cheater ach so du hast ein chatpack okay oh hier ist ja auch so drüben ist robert vielleicht hier gestorben ja kann sein kann sein irgendwo hier ist robert gestorben glaube ich ja also du bist von amy aus richtung dorf richtung norden ich habe gerade gedacht du cheater ist einfach mal so ja ja kann er auch ah da ich sehe schon was ich sehe dich stehen doch hast du deine sichtwelt eingestellt volle pole da hinten bist du ach so nein ich hab wieder gravel warum 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 hier drin so weint das ist ein verteidigungsmaug natürliche verteidigung hat er hier ich bin gerade runtergefallen ich muss wieder außen rum kommen ja warte 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 von der badbox geht es zum das sieht aus wie ein tier und dann ist wieder reingelaufen das sieht voll aus wie ein tier das habe ich jetzt nicht verstanden sonic pass auf erzähl mal weiter also es geht so das ist eine andere geht ein consumer der ist angeschlossen an der energie das ist ein low voltage consumer das ist ein low voltage consumer ok geht dann krass angeschlossen an der energy bridge geht an den bc warte mal warum ist das ein bc consumer das soll ein producer sein du musst du noch einmal ins crafting pack bauen dann bist du da ein oh das und ich lass mich gerade nicht bauen eine branch um das scheiß ding wieder abzubauen du hast das schon ziemlich eis gesehen ich glaube ich weiß es ist ein kakao abgelastet ich glaube nicht aber ich weiß es der baut halt nicht instant ab er braucht eine weile bis ich es mit einer pickaxe abbaue und weiß ich nicht das war es jetzt bc d e r das soll jetzt ein gefängnis drin sein und sie geht jetzt nach unten in die mine nehme ich an ne ja ok die furchtbare mine pusspuren so was brauche ich jetzt in die fucking bronze jetzt stehen ja aber das kam es so genau wie nett versorgte ich dir mal was ich vor hab sollte ich denn mal richtig nicht haben es da sein das kann ich überall also jetzt kann alles mögliche sein nicht nur das muss ich das wieder abbauen und ersetzen ich kann es doch in was anderes verwacht ne ich hätte gerne meine wand soll so bleiben wen hast du jetzt eigentlich getrollt oh gottze dacke es klappt doch gar keinen getrollt das ist eine unterstellung so jetzt muss ich warte wo war der äh äh jungle warte äh da kann ich dir sagen die richtung ich hab zwei flint nice krass heftig die richtung ist richtig oder? warte ich muss hochklettern ich hab kein jetpack die richtung oder? ja so ja ein stück links aber ja ein ganz kleines stück man löst so genau auf madex zu ja ich weiß ein stratz ich bin schon wieder in meine mauer gefallen und sonic was für ein kabel brauchte ich meinst du ich hab ein falsches kabel benutzt ne was kommt dann nach dem producer nach dem producer Leute, wir sind bei 25. Ja, wir sehen uns übermorgen wieder, ne? Tschüss. Tschüss.